Londons Gruselkammer Nummer 1, das neue John-Sinclair-Hörspiel, basierend auf dem gleichnamigen Roman aus dem Jahr 1985. John, Jane und Zuko kämpfen gegen Akeem Samaran, mal wieder teuflisch gut gesprochen, von Michael Prelle. Und es gibt einen Gastauftritt von unserem lieben Jörn Brum. Jörn Brum, den kennen die Sinclair-Fans als den Chef des Sinclair-Shops. Auf dergeisterjäger.de könnt ihr nämlich nicht nur dieses Hörspiel erwerben, sondern auch eine von Jörn exklusiv gestaltete Sammlerfigur, den Homunculus streng limitiert. Und schaut mal auf dergeisterjäger.de vorbei. Vielleicht gefällt euch das ja auch und ich wünsche euch viel Spaß mit Londons Gruselkammer Nummer 1. Nicht die 2, nicht die 3. Es ist die Nummer 1. Angenehmes Gruseln allerseits.